Hinter uns liegt eine herausfordernde und aufregende Zeit 2020 und 21 waren für uns alle wirklich keine einfachen Jahre, aber sie haben uns wieder deutlich gemacht, worauf das Leben oder worauf es im Leben wirklich ankommt, auf Menschen. Das sind natürlich zum einen die Kunden, für die das Kaufhaus seit 1858 da ist, heute mehr denn je, aber das sind in erster Linie die Menschen, ohne die wir alles nicht machen können, unsere Mitarbeiter. Sollen Sie uns einen? Ach, humanывает, wie du ihn zur thrilleden Höhe bist. We boxen auch ein bisschen mit đểen Eng費, aber nicht dafür gibt es gut auf diesen hooge hinweg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, glaube ich, Ulrich, waren es sechs, sieben, sechs, sechs, genau, sechs, die diesen Ausbildungsreward bekommen haben. Der ist also ein knappes Hut. Man kann sich nicht darum bewerben, sondern vielmehr gucken die Kolleginnen und Kollegen bei uns, die die Ausbildung organisieren, die die Prüfung organisieren, die mit den Prüfern in Kontakt stehen, die einfach auch einen Eindruck davon bekommen, wie funktioniert Ausbildung vor Ort im Betrieb, wie sind die jungen Leute drauf, die in der Ausbildung in den Betrieben sind, wie gehen und meistern die so ihre Prüfung in Theorie und Praxis. Und genau das ist der Messgrad dafür zu sagen, hier haben wir einen herausragenden, engagierten und guten Ausbildungsbetrieb. Und wir machen das eben dann tatsächlich an so Dingen fest wie Ausbildungsquote, Ausbildungserfolge, Prüfungsergebnisse, Lösungsquoten, auch innerhalb der Ausbildung, die ist bei Ihnen sehr gering, Übernahmequoten und auch darüber hinaus Engagement rund um dieses Themenfeld. Und Herr Stolz, ich darf das wirklich so sagen, da sind Sie einfach ein leuchtendes Beispiel mit Ihrer Unternehmensgruppe hier und mit dem Kaufhaus Stolz. Und dafür sind wir heute da, wollen uns bei Ihnen allen bedanken und es soll auch ein Stück weit Ansporn sein, weiter so gut dran zu bleiben und mit uns gemeinsam für das Thema Ausbildung zu werben. Herzlichen Glückwunsch! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020